Hallo! Na, geht's euch gut? Heute nur ein kurzes Lebenszeichen von mir, hat im Hintergrund, es ist viertel nach sieben abends und ich habe den ganzen Tag gearbeitet und ja im Hintergrund sieht man einen kleinen Teil und ich bin da heute quasi der kleine Weihnachtself. Dieser Auftrag, den man sich vorbereiten spricht, ist nicht mehr frei erwerblich, das ist quasi etwas ganz Nettes. Da habe ich jetzt drei Nudeln drin, ein Gewürz, schaut so aus, kommt auf 10,60m glaube ich und ist ein Firmenweihnachtskränk. Ich freue mich. Und diese Person, für die ich den mache, der glaube ich, kommt schon seit... Also wie gesagt, die Person, für die ich den mache, der kommt, glaube ich, schon seit fünf Jahren Weihnachtskränkerl und der lässt mir eine vollkommen freie Hand, der schafft aber nur auch 3 für 20, 10 für 8, 15 für Betrag x, was weiß ich und dann gibst du mir das noch dazu. Ja, was machst du denn eine? Du, mach noch, du machst das schon, ist allerweil toll. Und das ist schön, wenn man das Vertrauen kriegt. Naja, und anscheinend habe ich bis die letzten Jahre nichts verkehrt gemacht, weil die Leute freuen sich anscheinend, die das kriegen und er kommt allerweil wieder und es ist total easy. Also, er ruft an und dann sagt er, du, ich komme in drei Wochen, riechst mir das her und das passt dann. Das ist recht schön. Also unkompliziert und nett. Gefreut mich, ich habe wahnsinnig, wenn ich etwas höre. Zweigerl und Nedzweigerl. Das macht einen Unterschied von zwei Zweigerl. Ein Zweig ist ein Zweig und zwei Zweig ist zwei Zweig. Vielleicht sagt ihr das einmal zehnmal hintereinander. Ja, mir fällt schon wieder eine Tabletze. Es ist ein wahnsinns Unterschied und ihr könnt da jedes Zweigerl nehmen. Ich habe sonst selber, wir haben da draußen Scheinzipresse oder Thuie, Riesentuie im Baum, glaube ich, ist das. Die mag ich recht gern, weil die nodeln nicht. Und das da, gut, also der Auftrag wird nächste Woche abgeholt, also da ist das überhaupt kein Problem. Aber normalerweise, wenn ich es eher herrichte, entweder Scheinzipressen oder halt selber drauf hinten. Und was einfach schön ist, Kugel drauf, Anhänger, Nein, was ihr jetzt so daheim habt oder was euch halt so gefällt. Ihr könnt euch schöne Sterne drauf hängen, was man halt so mag. Oder Weihnachts-Koala. Gange alles. Oder ihr bastelt was, könnt ihr euch das drauf hängen. Ist immer, immer sehr, sehr schön. Also ich mag das, mir gefällt das total gut. Also wenn ihr mir mal was schenken mögt, gell? Die Sachen vom Nudelnestern kommen immer wahnsinnig gut an. Ansonsten alternativ, Backelkaffee. Das reicht dann vollkommen. Ja. Jetzt hätte ich mich beinah verschluckt. Ähm, ich weiß nichts mehr. Deswegen singen wir jetzt schnell. Oh nein, die Zeit geht sich jetzt nicht mehr aus. Wir müssen einen neuen Schnipsel aufmachen. Schnipsel hin, Schnipsel her. Schnipsel wollen alle sehr. Schnipsel hin. I'm dreaming of a white Christmas. Nein, falsches Lied, falsches Thema. Das Thema wird vielleicht passen, aber das Lied ist gut. Und wir entscheiden uns jetzt für ein anderes Lied. Und los. Und los. Ich weiß. Ich weiß mir das nicht mehr. Die besten Nudeln. Das beste Pesto. Gibt's heut nur im Nudelnestern. Wuhuu. Schubidoo. Du 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 du. Schubidoo. Da 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 da. Nudelnestern. Bis zum nächsten Mal.